Was geht ab meine Freunde, ich bin's wieder, euer Xerox und heute kommen wir zu einem nächsten Tutorial und zwar jetzt nicht zu einem Shirt, weil das hatten wir ja schon, sondern zu einer Hose. Das wurde nämlich auch häufig angefragt, wie man eine Hose macht. Und zwar gibt es dafür auch ein Template, aber dieses Template nutzen wir nicht, es ist theoretisch nur für eine Orientierung da, wo hier was auf welcher Seite ist. Ich mache das immer mit dem Shirt Template, weil ich kenne schon langsam die Seiten, wo irgendwas ist. Und ich nutze mir nochmal diese Version und die habe ich auch schon hier reingepackt in PhotoPair. Ihr findet natürlich alle Links, so wie zum Beispiel die Template Shirts und das Transparency von mir, was ich selbst erstellt habe, findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne abchecken. Dann nutzen wir uns das hier und ziehen uns das einmal hier oben rein, sodass es auch perfekt da rein snappt. Was ihr auch machen solltet, ist hier oben Auto Auswahl und Transformations, STRG, was auch immer, aktiviert ihr am besten. Dann habe ich es jetzt mal drin und zwar gibt es immer zum Beispiel normale Hosen. Die mache ich immer bis hierhin, so für Männer, bis zu diesem Bereich und mal hier unten einfach alles aus. Das war's. Es gibt aber auch noch eine Frauenversion. Diese Frauenversion funktioniert so, dass ich mir zum Beispiel diese Hilfslinie hier nehme. Muss jetzt nicht perfekt gerade sein. Ich versuche es mal, dass ich ungefähr da drunter komme. So reicht das theoretisch aus. Gehe hier unten hin, mache mir eine neue Ebene und ziehe mir die Ebene unter unserem Background Layer und wir arbeiten mit ungefähr derselben Farbe wie beim letzten Mal. Ich gehe nochmal eben hier auf Einfügen. Wenn ich die Farbe genommen habe, muss ich mir nochmal eben kurz die Auswahl machen, weil die ist natürlich jetzt nicht mehr da, weil ich noch was eingefügt hatte. Und jetzt male ich hier unten die Ebene aus. Das bedeutet, ich brauche meinen Pinsel. Nehmt ruhig eine schöne Größe, damit ihr dann perfekt alles auswählen könnt. Ich gehe jetzt auf 241, wähle mir hier unten die Ebene aus und male einfach mal drüber. Einfach so, wie ihr möchtet. Hauptsache es ist ausgemalt. Oh, jetzt habe ich vergessen, hier unten die Farbe zu switchen und habe mir jetzt hier unten so gesagt eine schwarze Fläche erstellt. Gehe wieder auf Auswahl und wieder auf Auswahl aufheben und lösche mir hier oben die Background Ebene raus. Einfach entfernen drücken auf der Tastatur oder ihr geht hier unten auf den Mülleimer drauf. Das geht auch. Nun haben wir jetzt hier so gesagt die Hose. So sieht die Hose aus. Wenn wir wollen, können wir hier oben noch so einen kleinen Abschnitt reinmachen. Das bedeutet, wir können hier oben noch einen schwarzen Streifen reinmachen, der vielleicht ein bisschen dunkler ist oder sonstiges. Ist euch aber auch komplett überlassen. Dazu geht ihr einfach auf Bild, geht auf Anpassung und Helligkeit und Kontrast. Wählt euch hier natürlich die Ebene hier erstmal auswählen. Jetzt machen wir nochmal dasselbe. Und hier können wir den Kontrast nochmal ein bisschen ändern. Das heißt, ich mache das oben nochmal ein bisschen schwärzer. Schwärzer nennt man das so. Und man sieht, es ist hier oben so gesagt ein abgedunkelter Bund. Jetzt kommen wir auch schon zu den Schuhen. Die Schuhe sind immer ein bisschen komplex, muss ich sagen. Also die sind wirklich extrem komplex zu machen. Ich mache das immer mit zwei Punkten, das heißt mit zwei Kreisen. Ich gehe immer hier auf meinen Pinsel, wähle mir hier eine Farbe aus, zum Beispiel Weiß. Ändere hier die Größe. Ungefähr, dass die auch perfekt da reinpasst in diese Kästchen. Aber so ist perfekt. Dann kopiere ich mir diesen Tastenhalter dabei altgedrückt oder besser gesagt den Kreis. Und damit das perfekt gerade ist, gebe ich euch nochmal einen Tipp. STRG und R, dann könnt ihr hier oben ein Lineal erstellen. Dieses Lineal ziehe ich mir jetzt hier unten hin, sodass das perfekt hier dran snappt. Es snappt automatisch, ihr müsst da nicht viel machen. Jetzt halten wir wieder altgedrückt und ziehen nochmal hier rüber. Und man sieht, aha, es wird komplett mit rüber gemoved. Ungefähr bis zu diesem Bereich und das reicht auch vollkommen schön aus. Jetzt brauchen wir hier nochmal das Auswahlwerkzeug und ziehen hier uns eine Linie durch. Diese Linie wird einfach nur weiß angemalt. Auswahl aufheben und das reicht auch schon so. Also mehr braucht man da eigentlich großartig nicht machen. Vielleicht noch ein Stückchen nach oben setzen. Das heißt, wir können hier oben, upsa, Mensch, ich kriege es auch immer wieder hin, an dieselbe Stelle zu geraten. Ungefähr hier könnt ihr natürlich auch die weiße Linie setzen. Aber ich finde das cool, wenn die doch schon ein bisschen, ja, ein bisschen unten ist in diesem Bereich. Falls ihr das Template hier schon gesehen habt nochmal, wir ziehen uns nochmal das Template rein. Oben auf die Ebene. Und ich versuche das nochmal, dass das perfekt hier rein snappt. Na, so ungefähr. Dann könnt ihr nämlich hier unten die Bereiche auch als Schuhe ansehen. Das heißt, hier unten die Linie kann zum Beispiel ein Schuh sein. Wenn ich jetzt mal hier auf die Deckkraft gehe und hier die Deckkraft ein bisschen runternehme, könnt ihr bis hier oben zur Linie noch den Schuh ziehen. Also das Runde. Das ist euch aber komplett überlassen, wie ihr das halt bestätigt. Als kurze Ansicht, damit ihr wisst, was ihr da überhaupt machen könnt. Wenn wir den Schuh unten haben und wir haben jetzt so gesagt hier oben den Bereich und alles rum und dran, würde ich sagen, können wir noch Striche ziehen. Das heißt, so wie bei dem letzten Shirt, was ich ja erstellt habe, wo ich halt daraus ein Tutorial gemacht habe, werden wir jetzt noch Striche ziehen. Aber wir werden auch erstmal die Schuhe hier unten auf eine Ebene setzen. Das heißt, rechte Maustaste, beide auswählen. Wie wählt ihr beide aus? Einfach mit Shift gedrückt halten und dann könnt ihr beide auswählen. Rechte Maustaste, Ebenenverein. Nun machen wir schon die Striche. Die Striche funktionieren ganz easy. Einfach ein Auswahlwerkzeug wieder nehmen und einfach nur einen Strich ziehen. Vielleicht mache ich das nur auf ein Hosenbein. Ich denke mal, das würde bestimmt auch gut aussehen. Wir gucken mal, wie das aussieht. So, eins. So haben wir das jetzt einfach mal gemacht. Dass das nur in einem Hosenbein so gesagt ist, diese Striche. Wir können die Striche aber gerne noch ein Stückchen nach oben ziehen. Das heißt, dass sie nicht zu weit unten sind. Ja, so ist denke ich mal okay. Wenn wir noch wollen, können wir hier unten auch noch ein Muster reinsetzen. Weil das sind ja so gesagt Schuhsohlen. Und ja, da könnte man natürlich auch noch was reinsetzen. Müssen wir aber jetzt in dem Fall nicht machen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das Ding ist, man könnte jetzt noch so kurdeln erstellen oder sonstiges. Das ist aber dann doch schon ein bisschen komplexer. Ich probiere mal aus. Wie schon gesagt, ich probiere aus. Hier mal so eine Art Kurdel hinzumachen. Ob es perfekt wird, kann ich selbst noch nicht sagen. Dazu nehme ich mir hier das Ellipse-Auswahlwerkzeug. Und mache mir hier einfach so einen Kreis. Diesen Kreis mache ich mir jetzt in, ja, ein helleres Grau. Ja, eine Ebene ist zu viel hier drin. Aber das ist, denke ich mal, noch okay. So, machen wir hier den Kreis mal mit dem Aus. Auswahl aufheben. Jetzt kann ich mir hier die Ebene mal rauslöschen. Und kopiere mit diesem Kreis. Wie immer mit Shift, nee, mit STI gedrückt halten. So, jetzt müssen wir natürlich hier gucken, ob wir die perfekte Mitte bekommen. Das ist halt immer so die Sache. Aus diesem Grund mache ich mir mal oben diese Hilfskästchen hin. Ja, ungefähr, ungefähr so in diesem Bereich. So, jetzt brauchen wir das Ellipse-Werkzeug noch einmal. Machen hier von Loch mal eine Ebene. Ziehen uns die Ebene komplett nach ganz oben. Und machen hier nochmal so einen kleinen Kreis rein. Da können wir jetzt ein dunkles Schwarz auswählen. Und malen. Hallo. Achso, ich habe hier unten vergessen auszuwählen. So. Einen hier zweimal drüber. Auswahl aufheben. Und ziehen uns das Ganze auch nochmal hier rüber. So sieht das Ganze dann aus. Dann machen wir uns nochmal eine neue Ebene. Ebene 7 ist das jetzt schon. Ich probiere das mal aus, ob ich das hier mit hinbekomme. Ich glaube aber eher weniger. Füllung. Machen wir mal eine weiße Schnur. Und probieren das Ganze mal aus, ob das irgendwie funktioniert. Oh Gott. Das sieht ja jetzt schon sehr, sehr weird aus. Das sieht jetzt schon sehr, 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 sehr komisch aus. Das sieht wirklich sehr komisch aus. Ja, keine Ahnung. Bin ich jetzt dies so der Fan von? Also hätte man besser machen können. Natürlich soll die Schnur dann hier oben raushängen. Ich würde euch dann empfehlen, eher nicht die Schnur zu machen. Weil das sieht doch schon ein bisschen bescheuert aus. Dann kann ich hier mit dem Ellipse-Werkzeug doch mal was umändern. Vielleicht ein bisschen dünner machen. Ich will es nicht dicker machen. Ich will es eigentlich dünner. So, ungefähr. Könnte man besser machen. Also definitiv. Ich bin auch noch nicht so wirklich der Profi drin, in Schnüre oder Sonstiges zu erstellen. Naja. Aber man kann es ja erstmal so lassen, wie es gerade ist. Dann bestätigen wir das Ganze und speichern uns das einmal ab als PNG-Datei. Ganz wichtig. Ihr geht hier oben auf Datei, geht auf Exportieren als PNG. Dann speichere ich mir das Ganze und gehe dann mal zurück auf Roblox. Gehe hier oben auf Create. Oder bei euch vielleicht im Fall jetzt, weiß ich nicht, vielleicht erstellen. Dann gehe ich hier unten auf Pants. Ganz wichtig. Dass ihr nicht auf Shirt geht, sondern dann auf Pants. Dann geht ihr hier auf Datei auswählen und wählt euch die Datei aus, die ihr gerade erstellt habt. Bei mir ist das jetzt im Download-Ordner drin. Das hier ist die Datei. Und das nenne ich jetzt einfach, hm, so, Black-White-Stripes-Pants. Uploaden für 10 Robux. Und ja, hier ist die Hose schon. Die braucht natürlich ein bisschen zur Bestätigung. Wenn die gleich hochgeladen ist, sehen wir uns dann gleich nochmal kurz im Studio. Und da sind wir auch schon im Studio zurück. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe wahrscheinlich ein bisschen das Template verschoben. Aus dem Grund ist jetzt so eine weiße, ekelhafte Linie. Und diese Linie zieht sich hier leider überall drumherum. Das ist halt nicht so das, was ich wollte. So sieht aber jetzt die Hose aus. Und ja, es sieht theoretisch ganz gut aus. Man könnte es besser machen. Sage ich mal so. Man könnte es definitiv besser machen. Aber es ist okay. Vom Stil her, vollkommen in Ordnung. Ich gehe nochmal eben ganz kurz nachschauen, wo jetzt genau das Problem liegt hier. Warum der so weiße Streifen hat. Ich verstehe es halt nicht. Keine Ahnung. Weswegen auch immer. Ich weiß es wirklich nicht. Und man sieht jetzt hier. Man sieht hier vorne gar nicht mehr die Dings, die Schleifen, die ich gemacht habe. Das liegt einfach daran, weil das ein langes Shirt ist. Wenn ich jetzt mal beispielsweise das hier nehme, mein Merch, dann kann ich hier auf Charakter, dann hier das Shirt, dann kopiere ich mal hier die ID raus. Und wenn ich mir die Hose jetzt, oder besser gesagt das Shirt anlege, hier oben Charakter, Shirt und dann hier einfüge, dann sieht man, aha, ein Frauenshirt ist etwas kürzer. Aus diesem Grund sieht man dann auch unten, so gesagt, die Schleifen. Ja, das war es mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeig es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und es unterstützt mich auch sehr. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und würde dann sagen, bis zum nächsten Tutorial oder Video oder was auch immer ich mache. Ihr kennt mich ja. Ich mache ja alles momentan. Ciao. Ciao.